hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren teil shell shock live wir spielen wieder eine runde fußball wieder zusammen mit dem sven gott mit dem marcel natürlich klar ich bin es wenn man muss gleich noch aufnehmen so lol über ein paar banden 10 geht doch gut los an einmal andere richtung vollgas hier mal gerade nach oben weil es irgendwie doof nicht viel gebracht nähe hat ich habe es mir etwas anders vorgestellt muss ich ja mal ganz ehrlich sagen ok dass du dir bisschen näher gebracht man kann durch den ball durchfahren das schon mal gut hier natürlich freistoß tor durch den ball durchgeschossen natürlich schießt du da durch ah du musst vorher aufkommen ne ja ja war jetzt doof jetzt hatte ich so eine gute position das war jetzt dumm wasche jo 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 sicher nein aber ich kann mir auch nicht vorstellen dass es bei der ball als gegner nein 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 das gibt es doch nicht also glück gehabt sich der wieder Nein. Ja, ja. Roll rein. Roll rein da. Ja, ja. Ja, und jetzt ein Eigentor. Da halte ich da ganz kacke. Ne, es geht. Ah, das ist alles mal nicht so einfach, ne? Ach, ne. Das Ding gut ist nicht. Oh. Ah, das ist ein bisschen sehr schwach. Ich hätte ein bisschen weiterschießen müssen. Man hätte das vielleicht klappen können. Die Idee war gut. Die Ausführung war scheiße. Aber wir führen noch 2-1. Aber das kann sich ja auch wieder schnell ändern. 20 Runden spielen wir auch noch. Genau, meistens mal den Hügel da weg. Das stört auch nicht mehr. Wow. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, wie kann man denn so ein Pech haben? Ja, ja. Aha. Ja, schön. Da geht auch bei mir rein. Ins Loch. GG. Vollgas. Volle Pulle. Ja. Hat nicht funktioniert. Nur Eigentore macht er. Ja. Jetzt führst du schon der 3-2, so ne Kacke. Auf mich. Hätte da vorne nicht aufkommen können, der blöde Spatz. Weiß immer nicht, wie ich das einschätzen muss, ey. Diese Geschwindigkeit. Oh, der passt. Die Geschwindigkeit kann ich auch nie einschätzen. Ja, komm. Nein. Ja, nein. Nein. Oh, guck mal, wo der Scheiß-Ball jetzt schon wieder liegt, ey. Genau an welchen Stelle wie eben. Er liegt im Loch. Neun dumme Bälle. Und keiner trifft. Nö. Nö. So. Nein. Ja. Ja. Jawoll. Na, es gibt es doch nicht. Machst du das. Ich kann die Flugbahn von dem Ball eher schlecht selber beeinträchtigen. Das stimmt. Wieso kam der jetzt bei dir wieder raus? Weil er einmal so über die Ecke rüber geflogen ist und dann kam er bei mir wieder raus. Hm. Neue Waffen. Wacken Glück. Oh, ich schieße einfach schon mal wieder direkt. Und er geht. Alter. Ja. Nein. Das ist doch unglaublich. Er liegt an der exakt der gleichen Stelle. Ja. Euer Werk. Ja, endlich mal wieder ein Tor. So, Scheiß. So. Komm, komm, komm rüber. Ja. Ja. Ausgleich. 4, 4. Also, du mit deinen Schafen oder Ziegen oder Katzen oder da ist. Giddies. Nein. Katzenbibis. Ja. Glück gehabt. Scheiße. Ja, ja, ja. Nein, nein. Stopp, 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 stopp. Oh. Der geht auf jeden Fall rein, egal was du machst. Wie kriegst du da nicht weg? Bist du sicher? Ja. Wollen wir mal sehen. Okay, verbein. Sag ich doch. Scheiße. Mit so einem Lackshot hier. Ja. Ja. Runter. Nein. Usa. Nein. Das gibt's doch einfach nicht. Das ist Glück. Wieso habe ich eigentlich immer so ein Pech, ey? Weiß ich nicht. Oh, und viel zu weit. Ein bisschen. Ah, geht. Ja, komm. Geh rein. Halt ab. Und bleib bei dir stehen. Ah, Mann, ey. Das ist doch echt nervig. Bisschen. Nervig? Ja, gerade so. Bums. Das ist... Nee, geh nicht rein. Scheiße. Der liegt an der gleichen Stelle. Das ist unglaublich. Soll ich denn machen? Scheiße. Ich würde da hinschießen. Außer nur direkt reinschießen. Dann hoffen... Er ist jetzt sowieso in der Kampi. Ja, aber ich will auch so, dass er einen hoffentlich irgendwie vernünftig fliegt, weißt du? Ja, das wird sich dann zeigen. Und direkt war es doch gar nicht. Ja. Ja. Tor. Ich sag doch, schieß einfach drauf. Fünf. Zu. Sechs. Für Marcel. Oh, der ist ein bisschen steil, oder? Kommt ja genau. Nein, das... Ein bisschen war steil. Er springt ein bisschen. So ein bisschen zu steil. Ja. Leute, ich hab auch kaum Wierpunkt. Hat ja richtig Wumms das Teil. Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. Nein. Ja. Diese Kack-Kante bei dir da, ne? Du hast sie nicht mehr. Ich hab sie runtergearbeitet. Oh, zu weit. Reicht aber. Reicht für ein Tor. Reicht für ein Tor. Na sicher. Tüllig. Tüllig. Ja. 6-6. Gibt es doch nicht. Sehr schön. Mach dir das. Was ein spannendes Match. Ja, diesmal schon. Ja, los. Geh rein. Nein, da geh nicht rein. Nein, da geh nicht rein. Doch. Nein, 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 nein. Scheiß. Drei Züge haben wir noch. Ja. Ein Zipper macht nichts, ne? Weiß ich nicht. Ich mein nicht. Ich hab fast keine Waffe mehr, ne? Das ist das Problem. Ich auch nicht. Oh, nur scheiße. Die einfach nicht wirklich... Ja, 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 ja. Das gibt es doch nicht. Oh, Mann. Jetzt gewinnt er schon wieder dieses Kack-Game, weil er hier so einen Lack hat. Ganz im Ernst. Direkt deinstallieren das Spiel. Oh, nein. Ja, okay. Kann auch drauf bleiben auf der Westplatte. Historische Runde vielleicht. Ja, haben die Befehl zu uns. Ja, und ich hab keine Waffen. Das ist das Problem. Ich hab noch einen Tandler. Zipper. Tandler kannst du treffen. Du musst halt nur unten durch die Erde schießen. Das musst du versuchen. Und wenn du jetzt oben drüber schießt, dann jetzt... Was ist nochmal ein Zipper? Zipper ist dieses Elektro-Ding, ne? Ja, ja, ist dieses Elektro-Ding, was von rechts und links ist. Ich probiere jetzt mal ein Deadweight. Ich probiere es einfach aus. Und probiere es. Wird nicht getriggert. Naja. Aber es reicht. Oh, mein. Ja. Tor zu machen! Ja! Ich weiß nicht. Ja! Ich glaub's nicht. Mach dein Tor. Sorry, dass ich gerade ein bisschen am Schreien bin. Aber die Emotionen sind einfach da. Nein. Tor. Das gibt's doch nicht. Hufferball. Dafür ist der Hufferball also gut. Nein. Ja? Ja? Das passt. Der kommt zurück. Jump! Jump! Nein! Ja! Nein! Nein! Ja! 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 Nein! Nein! Ein verficktes Unentschieden. Tatsächlich. Level up! Level up! Oh, da macht er mit dem letzten Schuss noch das Tor, ey. Oh! Ja, meine Freunde, wenn's euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen und Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Runde in Shellshock Live. Bis dann! Tschüss! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Bis zum nächsten Mal.